Hallo und willkommen zurück zu einem weiteren Part von Star Wars Sword Republic. So, wir stehen jetzt... Moment mal ganz kurz... Wir stehen jetzt hier vor dem Eingang, wo Wächter 1 sein soll. Mal gucken... So, aber... Aber auch mit der Platte... Das kann ja noch nicht alles tun. Dann, wenn man sich jetzt hier mal... Die Avakade, die im Planeten anguckt... Ich war hier noch nicht, ich war hier auch noch nicht. Okay, gut. Wahrscheinlich ist das hier oben eher mehr so imperiales Gedöns. Mal gucken... Was ist das Ganze hier noch gar nicht mehr? Aber ich meine, da müsste noch Planetenfest müssen hier irgendwas kommen. Wenn nicht, dann muss ich mal auf die Suche gehen. Äh... So, wo muss ich denn jetzt eigentlich... Oh, nee, ne? Ja, alles klar. Ich bin hier doch richtig, ne? Jo. Äh... Ach, verdammt nochmal. Alles klar. Oh, nee. Ja, alles klar. Aber das war nur ein. Deine Ich habe leider nicht die Augen der R Song die Zeit. Oh, nee. So, ich habe jetzt gerade mal ein Tiefesartiger bekommen, echt jetzt? Wieso, was sagt so rum? Oh, warte mal, warte mal, warte mal, ich habe da jetzt komplett was vergessen. Ähm, nee, nicht. Doch, warte mal, hinteren. Warte mal. Nee, ach ja, geworben ist das doch, Mann. Äh, Padawan. Ja, so. Den schon, den schon, Stilecht. So, jetzt. Jetzt. Ja, ich bin, den ja, ich bin. So, jetzt. Ich bin. Warte mal. Ja. Ja. Warte mal. Die Vorbereitung auf den Jedi hatte Priorität. Ihr habt viel zu viele Entscheidungen ohne meinen Rat getroffen, Wächter. Angral. Vielleicht sollte ich dankbar sein. Ihr habt mir die Mühe erspart, euch zu suchen. Eure Träume sind ein Witz. Schickt nur weiter eure Truppen nach mir aus, Angral. Es macht Spaß, sie auseinanderzunehmen. Ihr unterschätzt die Stärke meines Zorns. Ihr könnt nicht gewinnen. Wächter, bringt mir diesen Abschaum lebendig. Ich werde sie selbst töten. Mein Lord, bei allem Respekt denke ich, dass es klüger ist, mit dem Doktor zu fliehen, solange ich kann. Genug. Befolgt meine Befehle. Wie ihr wünscht, Lord Angral. Ihr seid weit in der Unterzahl, Jedi. Dies sind meine allerbesten Agenten. Ich schlage vor, dass ihr aufgibt. Nein. Ich komme wegen des Doktors. Und um Rache zu üben. Das Angral unterschätzt euch erneut. 20 Jahre lang habe ich es geschafft, kein Opfer des Wahns eines Sith zu werden. Doch Befehl ist Befehl. Nun bist du ein Opfer. Hättet ihr noch eine Spur Selbstachtung, dann hättet ihr euch geweigert, Angral zu dienen. Ich habe niemals die Hierarchie gebrochen. Das ist meine Selbstachtung. Dennoch, hier habt ihr gewonnen. Wie soll es jetzt weitergehen? Ihr werdet durch mich keine Gnade erfahren. Darum habe ich auch nicht gebeten. Tut, was ihr tun müsst. Dr. Gudera, geht es euch gut? Ich bin Jedi-Ritter und wurde von General Varsatra geschickt, um euch zu retten. Varsatra? Der alte Mann gibt wohl niemals auf, wie? Ich kann mich nur noch daran erinnern, dass ich in meinem Labor bewusstlos geschlagen wurde. Zumindest konnten mich die Imperialen nicht verhören. Ich vermute, dass ihr mich zurück nach Coruscant bringen wollt. Wisst ihr, ich hatte einen Grund, von dort wegzugehen. Eure Motive kümmern mich nicht. Meine Aufgabe ist es, euch sicher abzuliefern. Keine Wahl, wie? Dann müssen die Dinge schlecht stehen. Ich habe dem Senat gesagt, dass dieser Vertrag niemals halten würde. Vielleicht ist es an der Zeit, dass ich zurückkehre, um den Krieg zu beenden und das Imperium für immer auszuschalten. Triff dich mit Dr. Gudera bei deinem Schiff. Ja, aber Moment mal, das kann jetzt hier mit der, ähm, hier jetzt noch nicht alles gewesen sein. Hier muss er noch irgendwie, irgendwas geben, also ein Planetenquest. Ich grüße Sie, Ihnen stehen folgende Routen zur Verfügung. Passen Sie auf sich auf! Jetzt dahin. Äh, ich bin der Meinung, dass wir noch Planetenquest noch erinnern, was ist dann... Ich weiß das nicht mehr, oder war das bei den... ... hier die Botschaft, wo man noch mit der Saresh redet? Mit der Gouverneurin, war das vielleicht bei der... ... Storyline von Botschaftern? Kann sein, dass ich da jetzt, dass ich es verwechsel, denn bei irgendeiner Quest, äh, hier, also auf der Planetenquest redet man wieder Saresh. Ich meine, das war jetzt hier auf Niger, aber es kann natürlich auch sein, dass es bei... ... Botschafter, oder beim Tindarfen, oder bei den Schmuggeln... ... Aber die Planetenfest ist, finde ich, aber ein bisschen dünn. Ich habe sie irgendwie lange in Erinnerung, als ich es bei Männlichen auf die Wächter gespielt habe. Aber wahrscheinlich irre ich mich. Hier ist auch kein... keine Planetengeschichte. Melden Sie Ihre Beschwerden. So. So. Sie sind einsatzbereit. Kehren Sie auf Ihren Posten zurück. Ja, nee. Dann da ehre ich mich dann wohl. Nee, da ehre ich mich dann jetzt doch wohl. Egal. Gut, dann gehen wir jetzt zurück zu... unserem Schiff. Und dann mal gucken, was dann kommt, ne? Okay. 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 Ich weiß nicht, was aber das ist nicht so, dass ich nicht so, dass ich das nicht so, dass ich noch so, dass ich nicht so auch noch so, weil ich mich auch nicht so will. Okay. Das war's für heute. Er sagte es noch, Agent. Dieser Jedi scheitert nie. Mein Trupp sollte euch unterstützen. Wir entdeckten den zerstörten Außenposten und gingen vom Schlimmsten aus. Könnt ihr uns sagen, was geschehen ist? Unbestätigten Berichten zufolge befindet sich der imperiale Spionagemeister Wächter 1 auf Taris. Nicht mehr. Ihr findet die Leichen von Wächter 1 und seinen Männern in einer imperialen Basis im Sumpf. Imperiale Basis? Ich schicke sofort ein Bergungsteam. Dr. Godera, ihr seht in Umständen entsprechend gut aus. Seid ihr bereit, nach Hause zu kommen? Das kommt ganz darauf an. Seid ihr bereit, zu tun, was richtig ist? Das war ich immer. Und jetzt ist unsere Zeit endlich gekommen. Agent, bringt Dr. Godera sofort nach Coruscant. Wir werden seine Fähigkeiten brauchen. Nehmt von eurem Schiff aus mit mir Kontakt auf. Was hat da Ende? Jetzt heißt es wohl Abschied nehmen. Ihr habt mir das Leben gerettet. Ich stehe in eurer Schuld. Fortschrittliche Technologien sind immer nützlich. Ich habe gehört, ihr seid der richtige Mann für so etwas. Wenn ich wieder auf Coruscant bin, werde ich euch ein Zeichen meines Dankes zukommen lassen. Dann auf Wiedersehen. Ich bin sicher, dass wir uns noch begegnen werden. Okay, also ich bende jetzt hier erstmal den Part. Ich bedanke mich für's Zuschauen. Wenn es gefallen hat, Däumchen abo und seid das nächste Mal wieder dabei. Bye, bye.